Ausgewiesene Mountainbike-Strecke. So gehört sich das. Den Abhil zu der Coaster-Floatrail-Strecke zeige ich nur im Schnelldurchlauf, weil das Hochfahren ist nicht so spektakulär, aber die Strecke ist sehr schön. Seht selbst! Erstgefahrung der Strecke in Bad Sals-Tresport von einem Rollercoaster. Die Strecke soll irgendwas um die vier Kilometer lang sein und ich lasse die Kamera heute direkt mitlaufen. Das haben wir also echt toll angelegt hier mit dem Apfel. Das ist ja cool! Ja, mit so einem 29er hast du hier natürlich schon mehr Probleme als mit einem kleinen Reifen. Schön, dass war das Rohr am Ende, das kann man sich auch noch besser hüpfen. So, weiter geht's. Okay, hier schalte ich dann auch mal eine Stufe höher. Es sind keine Fußgänger hier. So, da kommt Feuer auf, ich bin ein bisschen dran hier. Und ab in den Wald. Hier sind die Silber-Wirka, die Boat-Wirka mit dieser Lampe zu roh. Ja, hier sind die Silber-Wirka, die Silber-Wirka mit ihnen zu verlassen. Das ist wirklich gut, die Silber-Wirka hat nicht da. Und hier sind die Silber-Wirka-Wirka. So, das ist ja nicht nur im Überschuss-Wirka. So, das ist ja nicht nur im Überschuss-Wirka-Wirka. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020